Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung aus der Villa Premium Deluxe hier für euch aus Finnland. Und zwar die Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Und zwar Arnaldo, ein Rentner. Ich glaube Arnaldo ist der richtige Name. Arnaldo, genau. Er lebt im Flughafen und das als Rentner mit 83 Jahren. Klauen uns mal die Geschichte an, ob das ein Traum ist oder eher ein Albtraum. Der Albtraum für uns an den Sicherheitsschleusen hat sich in Luft aufgelöst, hoffe ich. Es gibt eine Schlichtung, es muss nur angenommen werden. Komisch, warum können wir nicht mit der Schlichtung anfangen, bevor es Streik gibt? Aber gut. Dann gibt es wieder eine Gebühr, die für selbstverständlich Hotelleistungen gezahlt werden muss. Da kriege ich persönlich die Pimpernellen. Gehen wir auch drauf ein. Dann Austrian Airlines, der Unfall gestern. Auch ein Thema, wo man ehrlicherweise sagen muss, schwierig das Ganze, was da passiert ist. Wir haben des Weiteren, was haben wir denn noch? Und zwar Airbus A380. Wir haben noch einige, die zerlegt werden. Und damit ist dann natürlich das Thema aufgegriffen worden. Warum werden so viele A380 zerlegt? Interessante Aussage von Carsten Spohr übrigens zu dem Thema, die ich euch verraten werde. Und wir haben Scandinavian Airlines, die verlassen die Star Airlines. Und ich habe noch ganz vergessen, natürlich für euch die Bilder von dem Flugzeug nachzureichen gestern. Da muss ich jetzt gucken, dass ich das jetzt live während der Sendung suche. Also wenn ihr euch wundert, warum ich von euch aus gesehen nach rechts weg gucke, von mir aus nach links, dann ist das auf dem Monitor, wo ich dann einfach schaue, dass ich die Bilder finde und dass ich die euch dann wirklich aufs Auge geben kann. Ja, ihr könnt ja den Kanal natürlich abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, kommentieren. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, den Kanal zu unterstützen. Denkt dran, die Kanalmitgliedschaft, mit der ihr uns unterstützt. Ich selber bin noch gerade am Schauen, wo ich die Bilder für euch hochziehe. Habe ich denn alles gesagt, was ich sagen wollte? Eigentlich habe ich alle Themen angekündigt. Deshalb können wir mit dem ersten Thema hier starten und das ist Scandinavian Airlines. Scandinavian Airlines, die verlassen die Starlines. Das ist ja etwas, was wir alle leider schon wussten und etwas, was wir ja mit einem traurigen Auge feststellen mussten. Und die Bilder habe ich Gott sei Dank jetzt gefunden. Deshalb kann ich euch wieder anschauen und kann die Bilder dann später rüber kopieren, hoffe ich. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die SRS bei der Starlines in meinen Augen einen Verlust darstellt. Und zwar deshalb, weil nämlich die SRS doch eine der Fluggesellschaften in der Starlines ist, die ich persönlich sehr gerne mag. Nicht nur, weil ich Eurobonus Diamond hatte und habe und da auch viele persönliche Erinnerungen habe an die Flughäfen in Kopenhagen, ganz Stockholm, auch Oslo oder aber auch Langstrecke nach New York, muss ich sagen, sie sind mir ans Herz gewachsen. Und sie dann zu sehen in die Sky-Team, in eine Allianz, die ich persönlich jetzt nicht so merke, also ist nicht mein Favorit, deshalb mögen würde ich jetzt auch nicht so großartig sagen, ist ein Verlust. Und ihr könnt jetzt auch sagen, ist es für euch ein Verlust oder sagt ihr, nee, die können bleiben, wo sie wollen. Und ihr sagt jetzt, Lars, hör auf zu sabbeln, solange sagt uns endlich das Datum. Ja, das Datum ist der 31. August 2024 und ab dem 1. September ist mein Sky-Team am 31. ist der letzte Tag bei der Starlines. Es gibt auch eine Webseite. Die Webseite gibt es folgendes und das ist die flysrs.com-en-sas-eurobonus-sky-team. Und da findet man dann alle Informationen zu dem Transformation. Ich bin mal gespannt, was da passiert und wie das dauert. Und interessanterweise ist ein Zitat von der Webseite. Und zwar sagt der Chief Commercial Officer von SAS, Paul Verhagen, We are thrilled to progress on our Alliance transition. Also wir sind sehr aufgeregt und sind sehr glücklich darüber, dass der Fortschritt in dem Wechsel von der Starlines zur One World weitergeht und dass man sehr happy ist, dass es jetzt auch andere Destinationen gibt und dass es natürlich auch damit Loyalitätsvorteile gibt in der Welt. Jetzt muss man natürlich die Ehrlichkeit aber sagen, das war Starlines auch, was ist jetzt da bei der Sky-Team besser. Und weiter geht es dann, man freut sich da und versucht, dass das Ganze dann ein Schmus, also ein glatter oder ein reibungsloser Ablauf wird mit der Transition, glaube ich wäre das deutsche Wort. Interessant ist auch der erste Kommentar unter dem Ganzen. Und zwar sagt ein Leser hier, das ist jetzt von diesem Economy Class & Beyond, der hat darunter geschrieben, etwas, was ich so ein bisschen zensieren muss, ehrlicherweise. Und zwar hat er gesagt, dass der SAS Chief Commercial Officer, der ist nämlich Niederländer und der Vorsitzende der Veranstaltung, der CEO, Anko van der Werff, auch Holländer ist. Das heißt also, man hat da das Gefühl in Schweden, Norwegen und vielleicht auch so ein bisschen in Dänemark, aber er scheint kein Däne zu sein, ein Ressentiment. Und zwar, weil ja die beiden als Niederländer natürlich auch bei der KLM Air France ihre Meriten verdient haben und da angefangen haben. Arko ist ja auch, ich kenne ihn von der Avianca, glaube ich, war damals in Südamerika. Und da hat er also eine holländische Verschwörung. Ich hatte das ja auch bei Starwood mit der holländischen Verschwörung, weil da auch die Hälfte niederländisch bzw. belgisch war. Aber es ist halt so, dass er sagt, dass man dann näher nach Kopenhagen mit der Zentrale gehen wird, weil man dann näher an den Niederlanden sei. Halte ich jetzt für eine Verschwörungstheorie, halte ich auch für problematisch. Und er glaubt auch, dass es halt für ihn als Viehflieger ein Nachteil wird, bei der SAS zu sein. Ihr könnt jetzt selber schreiben, ob das für euch auch ein Nachteil ist, bei der SAS zu sein, wenn die ins Sky-Team gehen, weil ja viele von euch, und das weiß ich ja, quasi den Euro-Bonus-Gold so als Alternative zum Lufthansa-Senator-Status gesehen haben. Und damit ist man mit einem Schlag in Deutschland quasi kastriert. Man kann damit also nicht mehr in Deutschland dann in die Senator-Lounge gehen. Und das Datum ist halt der 1. September. Das ist halt dumm gelaufen. Kann ich verstehen. Ich bin da mal gespannt, wie ihr das so bewertet aus eurer Sicht heraus und was da so eure Gefühlswelt dazu sagt. Meine Gefühlswelt sagt zur erfolgreichen Schlichtung bei den Luftsicherheitskräften, jepp, das ist gut. Denn Streikgefahr weniger heißt auch immer mehr Spaß für uns und heißt auch für uns wesentlich mehr Sicherheit bei der Planung. Also die Baustellen werden nachhaltig weniger und werden halt auch immer, ja, risikoärmer für uns. Vielleicht hilft das ja auch der Lufthansa mit seinem Net Promoter Score, dass die Leute halt nicht unglücklich sind. Wobei ich muss ehrlich sagen, das Einzige, wo die Lufthansa jetzt nichts für kann, ist das Lufthansa, ist das Luftsicherheitspersonal, Lufthansa-Sicherheitspersonal. Außer in der FCT, wo sie ein bisschen mehr Verantwortung haben. Das ist halt eine staatliche Aufgabe. Und es gibt da halt einen schlichten Spruch. Nun sind alle Tarifkonflikte im Luftverkehr beigelegt, zumindest in dem Bereich. Lufthansa setzt diese Woche die Verhandlung natürlich mit der Ufo fort. Da gibt es natürlich noch ein bisschen Verhandlungsbedarf, sowohl als für die Mainline als auch für die Discover. Da gibt es welche Sachen. Also bin ich mal gespannt, was hier ist. Ich denke mal, dass da relativ viel Freude bei euch ist, weil das Reisen jetzt doch wieder planbarer, aber auch zuverlässiger wird, hoffentlich. Oder vielleicht fängt die Kabine an zu streiken. Wir wollen es nicht beschwören oder hier jetzt herbeirufen. Wir haben jetzt als Thema das Thema Gebühren. Und ich hatte mich ja schon oft dazu ausgelassen, dass Gebühren natürlich, wenn sie Sinn machen, dann sind sie okay. Aber in Hotels Gebühren zu nehmen für eine Dienstleistung, die in meinen Aufgaben doch das Problem vom Hotel ist, da muss man dann ehrlicherweise sagen, das geht nicht. Und jetzt fragt ihr, was hat Lars da als Problem? Und zwar gibt es hier das wunderbare Fairmont Whistler in Kanada. Fairmont ist ja die Heimat von, oder Kanada ist die Heimat von Fairmont Hotels. War in Toronto am Fairmont, hier immer vom Bahnhof. Und die haben eine Gebühr für Housekeeping. Kannst du ja nicht ausdenken. Jetzt ist es so, und jetzt festhalten, man hat eine Housekeeping Surcharge, also eine Zusatzzahlung. Ihr kennt das vielleicht von Uber Surcharge, wenn da eine große Nachfrage ist, dann wird die Fahrt halt teurer. Und so ist es hier auch. Man wird eine zusätzliche, und zwar mandatory, also eine verpflichtende zusätzliche Gebühr erheben zur normalen Buchung von 5 Canadian Dolores pro Zimmer. Kannst du nicht ausdenken. Dann Plussteuer, was dann nochmal 4,50 Dollar sind. Das heißt also, ihr bezahlt 4,50, eine Steuer drauf, das sind dann 9,50 und So, und dann werden 50 CAD, also 50 ein halber kanadischer Dollar, wird dann quasi beim Hotel einbehaltet, um damit dann Tipps und Gratities, also das heißt, irgendwelche Belobigungskelder denen zu geben. Ich meine, da hakt es doch bei mir aus. Das heißt also, ich bezahle eine Gebühr für etwas, wofür ich eh schon gezahlt habe in der Hotelübernachtung, und dann erhalte das Hotel auch noch Geld ein, quasi als, weiß ich, so die Dienstleistung für mich übernehmen, das Geld zu bezahlen. Ich meine, also jetzt hängt es ja irgendwo raus. Heißt also, was ist der Unterschied zwischen einem Hotel und einem Airbnb? Ja, in ein Hotel gehe ich doch, weil ich da Dienstleistung habe, weil ich da keinen Stress habe, gerade bei Arcor, also Fairmont, habe ich doch keinen Bock auf Diskussionen. Warum machen die denn nicht die scheiß Zimmergebühr einfach um 5 Dollar höher und dann zahlst du es einfach? Ja, weil dann natürlich die Leute merken, ne, ist teurer, gehe ich dann lieber nicht ins Fairmont. Und das ist doch etwas, was unglaublich krass ist in meinen Augen. Täglich 5 Dollar, das klingt nicht viel, aber dann sind es auf einmal 10 Dollar wegen der Steuer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Gerade aber auch bei Seiten wie Expedia oder sowas, wo die Sachen verglichen werden, da würde das natürlich auffallen, wenn das Hotel teurer wird. Und ich finde sowas aber nicht in Ordnung. Und ich erwarte doch, wenn ich ein Hotelzimmer buche, dass ich das bezahle, was ich auch sehe. In Amerika ist das sowieso so eine Unsitte, dass wenn man eine Flasche Bier kauft oder eine Flasche Wasser oder so, das Trim, trinke ich ja keinen Alkohol, dass man dann gar nicht weiß, was man bezahlt, weil noch Steuern drauf kommen. Das sollte eigentlich auch geändert werden. Also einmal Endpreis, Ende aus Mickey Maus. Alles drin. Dann kann ich entscheiden, ob ich es haben will oder nicht. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und natürlich ist es auch so, dass man hier natürlich klar dem Gast dann Zusatzkosten rauskriegt. Es ist wie die Fuel Surcharge beim Flugzeug. Warum macht man nicht einen Preis? Warum? Das heißt also, dass man Gebühren hat. Ich dachte, der Zimmerservice wäre im Zimmerpreis enthalten. Also hier nochmal, wo ist der Unterschied Airbnb und Hotel? Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr zu dem Thema denkt. Und ich hoffe, das wird nicht so ganz so kontrovers, wie ich WhatsApp-Nachrichten im letzten Mal gekriegt habe. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr seid angesprochen. Waren drei Kollegen, mit denen ich dann heifrige Diskussionen hatte. Nicht, dass ich das nicht mag, aber wir waren ja einer Meinung, wenn wir ehrlich sind, oder? Nun gut, das nächste Thema, was wir haben, ist etwas, was für viele von uns wie ein Traum klingt. Und ich selber, ich weiß auch nicht, ich habe eine lange Zeit mal gedacht, ich möchte persönlich am Flughafen München leben. Wenn es da Apartments gäbe, ich würde da in diesem Hufeisen über dem Erbräu wohnen irgendwo, könnte dann schön runtertippeln, das Ambiente haben, habe ein Rewe, habe alles, habe Sixt, ab Rentalcar, Sonntagseinkaufen, alles wunderbar. Irgendwie ein Traum. Als ich in Garchi gewohnt habe, bin ich auch so oft am Flughafen gewesen, einfach nur, um am Flughafen zu sein. Also das heißt, ich habe dann noch nicht mal fliegen müssen, sondern habe da die Infrastruktur genutzt. Oder in Langenhagen, als ich Flughafen näher, schön, Quäke am Ohr, gewusst, wer gekommen ist. Heute würde ich Flightrader machen. Aber ein Kollege lebt am Flughafen, in Arnaldo heißt er, und er ist in Bologna am Flughafen und ist ein Rentner, 83 Jahre alt, kriegt da Sozialhilfe, beziehungsweise kann auch von seiner Rente nicht leben. Und deshalb lebt er seit sechs Monaten, also einem halben Jahr am Flughafen in Bologna und ist natürlich damit dann ins Auge der Leute gekommen. Und er wohnt nie am Flughafen, also er wohnt am Flughafen, wenn man sagen will, nicht im Flughafen, nicht so wie bei der Fernsehserie da mit dem Terminal, wie hieß die nochmal, schreibt uns den Namen rein. Ja, ich weiß, ihr wisst, dass ich euch damit nur versuche zu tricken, dass ihr unten was schreibt. Auf jeden Fall ist es so, dass der Kollege am Flughafen wohnt, also er ist nicht stuck da in der Sicherheit. Er kommt und erkannt nicht, dass er nicht einreisen kann oder nicht ausreisen, nicht weiterreisen kann, sondern er lebt am Flughafen. Er hat außerhalb vom Flughafen gelebt, als das Wetter es zuließ. Aber erst dann im Winter, als es da ein bisschen zu kalt wurde, ist er reingegangen. Und er sagt auch, und das war in einem Radiointerview von Bologna Indiretta, so heißt wahrscheinlich der Radiosender, hat da halt auch gesagt, dass er sehr viel Menschlichkeit gefunden hat. Man kümmert sich als Flughafenpersonal sehr um ihn und er kriegt Mahlzeiten, Kaffee und man hat ihm sogar einen Schlafsack besorgt. Finde ich persönlich eines sehr rührend. Und trotz der Situation bleibt Arnaldo sehr aktiv, 83 Jahre muss man sagen. Er durchstippert den Flughafen und fordert, findet verlorene Gepäckstücke und vergessene Dinge. Darüber hinaus hält er sich über die aktuelle Weltlage am Laufenden, indem er die Gratiszeitung vom Kiosk holt. Also insofern, Infrastruktur ist da. Und natürlich wünscht er sich ein Zimmer mit einem Herd, weil er kann ja gut kochen. Das wäre so sein Wunsch, den man hat. Und damit muss man ehrlicherweise sagen, ja, das klingt jetzt nicht so wie so ein Traum, den ich am Anfang euch gesagt hatte, dass man am Flughafen lebt, vielleicht Flugzeuge gucken kann und so weiter. Aber es ist einfach so, dass es keine passende Unkrankung für den Kollegen gibt. Es gibt in Deutschland übrigens auch viele Rentner, die in Armut leben, muss man der Ehrlichkeit sagen. 7 Millionen sind es laut dem Fokus. Und da ist es so, die eine Niedrigrente von weniger als 1.250 Euro im Monat haben. Das sind mehr als 42 Prozent aller Rentnerinnen und Rentner hierzulande. Besonders betroffen sind Frauen, die mehr als 5 Millionen ausmachen. Liegt natürlich daran, dass sie Jobs hatten, die relativ niedrig bezahlt wurden. Auch traurig. Ja, die Frage des Tages, die Fragen des Tages sind natürlich dann auch zu diesem Thema. Und zwar wäre es euer Traum, am Flughafen zu wohnen? Was macht es so reizvoll? Mein Reiz habe ich ja erzählt. Einmal die Flughafennähe, einmal selber die Atmosphäre zu haben, permanent einkaufen zu gehen, alles zu haben. In Deutschland ist ja sonntags immer noch alles geschlossen, im Gegensatz zu Finnland. Da ist sonntags alles offen. Außer wir haben Wappo, also den 1. Mai. Oder wir haben Weihnacht, Heiligabend. Dann machen die Läden früher zu. Aber grundsätzlich ist ja alles offen. Das wäre so ein Vorteil. Und dann natürlich die Flugzeuge zu sehen, Kerosingeruch. Ihr wisst ja, was man so am Flughafen für Ambiente hat. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt, ob das für euch auch so eine Geschichte ist. Ich habe mal darüber nachgedacht. Also, so wie als Kind, wie man ja im Kaufhof eingeschlossen werden wollte. Was? Ja, Kaufhof in der Spielzeugabteilung. Das fand ich als Kind auch toll. Also ihr merkt, ich bin schon ein bisschen merkwürdig manchmal. Aber in dem Fall, ich gebe es zu. Schreibt unten rein, was ihr denkt. Kein Problem. Was auch ein Problem war und ist, ist natürlich das Thema von Austrian Airlines. Und zwar dieser Vorfall der Austrian Airlines, den wollen wir uns auch nochmal genau angucken. Und zwar ist der Vorfall mit der Auer in Wien relativ glücklich vorübergegangen, wenn man ehrlich ist, weil es hätte wesentlich mehr passieren können. Und wenn man hört, wie die Geschichte passiert ist, dann schlackert man mit den Ohren. Und ich zeige euch zuerst jetzt mal die Bilder, die ich ja eben versprochen habe und die ich für euch ergoogelt habe. Das ist einmal das Bild, was ich für euch da hatte. Da seht ihr halt wirklich, wie das Höhenleitwerk abgerissen wurde. Und man sieht dann auf einem der anderen Bilder, das kommt hier, warte, da ist es. Da seht ihr das. Da liegt das Teil auf dem Boden. So, jetzt ist es richtig. Auf dem Boden. Und das muss man natürlich auch sagen, das sieht relativ krassomat aus. Wenn man dann weitergeht auf den Bildern und dann mal schaut, wie das in der Kabine ausgesehen hat, hätte ich fast gesagt, also in dem Finger, ihr kennt da, dass das Rolltor ist, da ist der Betriebsstand, da ist das Ding reingerollt. Und wenn man genau guckt, sieht man auch, dass die Maschine rückwärts drin steht. Seht ihr das? Das heißt also, also so wie es aussieht für mich, das ist die hintere Tür, weil hier ja auch die Kennung ist, also dieses Oscar Echo. Und das erklärt dann auch, wie das Flugzeug dann am Ende in diesem Mast landen konnte. Und zwar die Geschichte, wie es passiert ist, ist folgende. Und da gebe ich euch ein Zitat. Und zwar ist es so, dass der Flieger, natürlich ist noch keine offizielle Untersuchung rausgegeben worden oder Ergebnis rausgegeben worden, dass ein Schlepper das Flugzeug geschleppt hat und das Flugzeug dann nicht ordentlich im Winter gesichert war oder da festgehalten worden ist. Weil ihr wisst ja, da geht der Schlepper runter, geht runter den Reifen, hebt ihn, presst ihn und hält ihn. Und da ist es halt so, dass es dort so war, dass das Flugzeug vom Schlepperfahrer schlichtweg aus gebüxt ist und dann selbstständig über das Vorfeld gerollt ist. Selbstständig über das Vorfeld. gerollt ist, bis er schließlich gegen die Fluggastenbrücke Lichtmast geprallt ist. Die Schäden am Flugzeug in der Fluggastbrücke gehen natürlich in die Millionen. Da gibt es keine Zweifel. Und es ist wirklich unklar, inwieweit das Flugzeug reparabel ist. Kann also ein Totalschaden sein. Und das andere ist, und das muss man ja auch sehen, der Kollege, der gefahren ist, will er überhaupt seinen Job noch behalten? Behält er seinen Job? Was ist da los? Also da bin ich mal gespannt, was da auch passiert. Und jetzt muss man sich einfach mal in die Lage versetzen, das ist jetzt nachts passiert. Was wäre passiert, wenn das in ein Flugzeug gerollt wäre? Was da zum Beispiel vorbeigetaxi-t ist, weil das so ein bisschen abschüssig da war. Und Explosion, Feuer, was auch immer. Also da wäre alles möglich gewesen, wenn ein laufendes Triebwerk rein und so weiter und so fort. Also das hätte eine richtige Katastrophe geben können. Und wir können wirklich nur dankbar sein, dass da nichts passiert ist. Auch eine Aussage von der Austrian Airlines ist, dass dieser Verlust, das Flugzeug, dass das im Moment nicht in der Flotte ist, dass das halt nicht im Moment vermisst wird, weil man im Moment genug Flugzeuge hat. Man hat ja auch in Bressons ausgeliest, gewettliest, aber die Flugzeuge, die ATR, die werden jetzt nicht wirklich die Streckenkapazitäten 320er Neo kompensieren können und zumal sie fliegen ja auch irgendwie so oft. Irgendwie sind ja schon mal ausgefallen öfter. Ja, also ich bin mal gespannt, ob da Auswirkungen sind, wie die Auswirkungen sind und was da passiert. Aber wir können hier wirklich sagen, eine Katastrophe ist halt wirklich verhindert worden, weil wenn es tagsüber passiert wäre, krasse Nummer. Aber auch hier könnt ihr gerne wieder kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Ich hatte das auch gar nicht in der Sendung gesagt, dass das kommt. Also die Oscar Eco Lima Sulu Quebec. Schauen wir mal, ob sie jemals wieder fliegen wird. Ich würde es mir wünschen. Schönes Flugzeug. Ich mag 320er. Welche Flugzeuge ich auch mag und da sind wir wieder länger am Sammeln als alles andere. Das ist der Airbus A380. Airbus A380 hat ja eine traurige Geschichte hinter sich, wenn man das so will. Ist eingestellt worden, war ja nicht wirklich kommerziell erfolgreich, wenn man es wirklich ehrlich beantwortet. Und wenn wir uns dann anschauen, inwieweit die Flugzeuge dann die ersten weitergekommen sind. Gut, wir können jetzt mit Global Airlines ankommen und sagen, die wollen noch weiter fliegen. Aber es gibt halt Flugzeuge, die sind schon vier zerlegt worden. Was die sechs Stück von Carsten Spohr, die werden auch zerlegt. Dann die nächsten vier werden auch zerlegt. Und zwar sind das die ehemaligen Flugzeuge von Air France. Die sind in Tarp. Davon werden drei in Tarp selber zerlegt. Und ich kann euch die Kennungen davon gerne geben. Das wären die Hotel Papa Juliet Delta, die Hotel Papa Juliet Echo und die Hotel Juliet Golf. Wobei die Papa Echo auch als 9H Alpha India Yankee registriert war. Und die werden bei was? In Tarp auseinander gebastelt. Eine wird auseinander gebastelt, übrigens in Australien, in Alice Springs. Und zwar ist das die A380. Die steht übrigens, glaube ich, schon da. Von der Singapore Airlines. Die war die 1, die 9 Victor Sierra Kilo Kilo. Die geht also auch als Ersatzteilspender. Und die Flugzeuge gehörten der Dr. Peters Gruppe, zumindest die der Air France. Da weiß ich das. Und die haben ja auch die ersten Flugzeuge mit der VAS in Tarp zusammen zerlegt. Und jetzt kommt noch eine interessante Sache. Carsten Spohr hat übrigens auch gesagt, also Carsten S. aus M. Namen der Reaktion bekannt nicht geändert. Ich möchte fast so weit gehen, dass von den 6, die uns nicht mehr gehören, nicht mehr viel übrig ist, weil alle in der Branche, die Einsatzteile gebraucht haben, auch wir mussten diese Teile zurückgreifen und sie in den 8 Flugzeugen einbauen, die fliegen. Heißt also im Prinzip, dass die Flieger hätten nie fliegen können, weil man schon so viele Ersatzteile gebraucht hat aus den Fliegern. Komisch, dass diese Ersatzteile nicht auf Lager sind. Gibt ja auch das Gerücht. Da hat gewisse Flugzeuge auch 320er Ersatzteilprobleme haben, wenn es um diesen Monitor geht, der rausklappt. Ihr kennt den von der Swiss. Finder zum Beispiel benutzt den nicht, weil sie sagen, sie haben keine Ersatzteile. Wäre halt relativ interessant, das zu machen. Und natürlich ist jetzt die richtige Zeit, das zu zerlegen, weil natürlich im Moment so viele 380er zurück in der Flotte sind. Und wenn ihr seht, dass Carsten S. aus M. schon für seine Flotte von 8 Flugzeugen, seine 6, die er hatte, kannibalisieren musste. Welche anderen Fluggesellschaften brauchen Ersatzteile, so wie Emirates oder aber auch dann andere, die den noch betreiben? Quantas. Ich hatte in Los Angeles, habe ich Quantas gesehen. Ich hatte Asiana gesehen. Ich hatte Air France. Nee, Air France habe ich gesehen. British Airways hatte ich gesehen. Entschuldigung, Air France hat keine mehr. Habe ich Korean gesehen? Nee, Korean habe ich nicht gesehen. Ich habe Asiana gesehen. Also ich habe da einige 380er in Los Angeles gesehen, bevor ich mit Finder dann zurück nach Europa geflogen bin. Also da ist dann Schluss mit lustig. Wo die Party erst richtig losgeht, das ist bei Ethiopian Airlines. Und da ist es so, dass man sagen muss, Ethiopian Airlines ist schon eine Fluggesellschaft, die hat eine lustige Geschichte hinter sich. Die hat gute Flugzeuge. Gut, dass mit der 737 merkst, da konnten die nichts für. Aber ansonsten mit der 787, mit den Flugzeugen, die sie halt betreiben und mit dem Hub in Addis Abeba, gut, wir können über die Farben streiten, mit der Lounge und so weiter sind sie schon lustig. Aber sie feiern halt im Moment 78 Jahre. Und als sie 78 Jahre gefeiert haben, entstand zum Beispiel dieses Bild. Wo habe ich es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dieses hier. Zack. Da sieht man das. Ziehen wir ein bisschen runter. Und da sieht man dann auch den CEO und COO und andere von der Ethiopian, die halt ihren 78. Geburtstag feiern. Und der CEO und der CCO sind als Teil der Cabin Crewen. Es gibt natürlich für sowas auch immer ein Beweisfoto geflogen. Das war der Flug von Ethiopian Airlines, der ET452, der von Addis Abeba, war um 22.32 Uhr nach Kairo gestartet, um um 0.55 Uhr local anzukommen. Und lustigerweise ist es so, dass die beiden dann halt als Camming Crew gearbeitet haben. Und jetzt sagt ihr, naja, alles PR, PR. Ja, weil man sieht, haben die auch diese zwei Streifen, was wahrscheinlich bei Ethiopian Purser heißt. Interessant, dass man die direkt als Purser dann genommen hat. Die hätten ja auch einfach eine Uniform tragen können, die einfach keine Streifen hätte, um dann zu zeigen, dass man doch wenigstens sich more humbled ist. Aber man hat sich dann auch für die Gäste da einen rausgezogen und hat gesagt, hey, wir geben auch was umsonst. Und zwar ist es so, man hat den Leuten das Internet kostenlos am Flug gegeben. Ja, und jetzt haltet euch fest, wer das Internet kostenfrei nutzen wollte, hatte jetzt einen richtigen Geldwertenvorteil. Und zwar war das Ganze, wo haben wir es hier, ich glaube 5, es kostet 5 Dollar normalerweise. Ich glaube, es kostet normalerweise 5 Dollar. Man hat also 5 Dollar gespart. Aber wie ist es im richtigen Leben? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Thalas nicht wert. Und damit sollte man dann dankbar sein. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was war der erste Flug? Und zwar der erste Flug war 1946 am 8. April mit einer Douglas C-47 Skytrain von Addis Abiba nach Kairo, um dann weiter, um in der Zwischenlande Asmara, so war es, ist. Und heute ist es natürlich so, dass man das Ganze mit 350, 787 und 777 bedienen könnte. und natürlich da eine erfolgreiche Geschichte geschrieben hat. Und die Firma ist natürlich gegründet worden etwas vorher, das war am 21. Dezember 1945. Ich fand es krustig. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet, wenn der CEO oder wenn ihr zum Beispiel Carsten S. aus M, Namen der Reaktion bekannt, nicht geändert, als Cabin Crew hättet. Wollt ihr dann auch ihn als 3-Streifen-Hörnchen haben, 4-Streifen-Hörnchen haben oder sagt ihr, nee, mach mal lieber geilen Service, weil das macht nur Probleme. Ich finde es ja lustig, aber für mich ist es dann doch immer mehr gestellt, als dass es wirklich was bringt, um ehrlich zu sein. Aber auch hier eure Meinung, euer Kommentar und natürlich auch euer Like. Wenn ihr schon so lange geguckt habt, könnt ihr natürlich den Kanal liken, abonnieren, Glocke und so weiter anmachen. Und ich würde mich freuen, Kanalmitgliedschaft oder wenn ihr Fragen habt, natürlich der Hinweis 760-782-2061. Und bei mir kommen jetzt gerade, wie ihr hört, die E-Mails rein von S.A.S., wo die freudige Nachricht verkündet wird, dass man jetzt vom Starlines-to-Skyteam kommt. Also insofern da die Mitteilungen, die da reinkommen. Aber für euch an dieser Stelle den Abspann. Also danke, dass ihr dabei wart und bis morgen und habe ich eine halbe Stunde voll. Mit dem Abspann wird es vielleicht nicht ganz schaffen, aber danke, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.